Hallo Leute und herzlich willkommen zu Henry Stickman Escaping the Prison. Genau Leute, heute werden wir aus dem Gefängnis ausbrechen, wurde ja in der letzten Folge leider verhaftet. Als wir die Bank einbrechen wollten, war doch nicht so eine gute Idee. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Gefängnis und wir müssen uns irgendwie frei machen. Und apropos Weg frei machen, Rocket Launcher, oder? Ist doch am besten. Ja, wahrscheinlich, oder? Jo, wahrscheinlich, oder? Okay, ähm, okay. Ob es jetzt nicht gut funktioniert, ich würde sagen, wir nehmen wieder den Teleporter. Ist schon ein Klassiker, den müssen wir nehmen, den... Der funktioniert. Diesmal, glaube ich, dran. Dumm gelaufen. Dann nehmen wir mal diesen NRG-Drink. Ist der NRG-Drink, oder was? Aller, er kippt aber gut rein. Oh, fuck. Alles klar, der Kamm. Oh Gott, was ist das denn? Erstmal den Müll mit Ihnen. Irr, Mann. Ah, den Donut würde ich auch mitnehmen, genau. Lecker. Ich glaube, da war was kaputt. Okay, also es gibt schon mal wirklich so einen Energy Drink. Und der macht dann wirklich Herzrasen, dass du einen Herzinfarkt bekommst. Was? Ah, das Telefon klingt langweilig. Wir nehmen mal den Drill. So, der hört sich nach Action an. Ja, alles klar, Digga. Ist auch überhaupt nicht laut. Oh, lol. Äh, Opec-Tator. Ja, wir nehmen mal das. Keine Ahnung. Sieht spannend aus. Ah, du walkst durch die Wallen. Nice. Oh, ne, das ist wieder so ein Ding. Das hat auch letztens schon nicht geklappt. Oh, ne. Ja, dumm gelaufen. Ich nehme jetzt mal die Crowbar. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, ich würde rennen. Oh. Ausweichen. Oh Gott, Alter. So im Glück bin ich richtig ausgewichen. Ist übelstressig so. Warum müssen wir als nächstes klicken? Wand? Oh. Alter, sind wir crazy. DPD. Oh. Get ready, Leute. Wartet noch mal ganz kurz. Ich musste noch meine Waffe verwohlen. Wer kennt die noch? Aus Red Dead Redemption 2. Also ich habe die nicht von dort, aber ich habe sie immer benutzt. Okay, noch mal retry. Oh, jetzt müssen wir das Ganze noch mal machen. Wir machen am selben Weg noch mal. Scheiße. Okay, jetzt chill ich einfach noch mal. Oh, hat geklappt. Okay. Nochmal dasselbe alles. Also auch jetzt da mit der Wand hier. Ja, wir können es ja. Okay, perfekt. Und jetzt, Leute. Ich bin ready. Von Standern nämlich klick. Ich glaube, ich muss einfach extrem schnell klicken. Ich klicke da noch jetzt schon. Get ready. Okay. Oh mein Gott. Puh. Da würde ich auch Angst haben, wenn ich da stehe mit dem Revolver. Lucky Luke. Nice. Wir sind auf jeden Fall gekommen. Und jetzt scheinbar auch Polizist geworden. Wir versuchen jetzt aber noch mal Pfeil. Also Pfeile, lol. Ich würde nicht ums Stockfenster... Ja, weil dort fliegt man hoch runter. Wir haben es ja gesehen in einem Katzen. Oh Gott. Lol. Oh, das war... Alter, wir haben es einfach hops genommen. Hopf, hops, hops. Hey, er ist escaping. Nein, Digga. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Alter, wie alle so. Das ist aber auch so echt, ja. Okay. Das heißt, ich bin übrigens hier die ganze Zeit so ein bisschen am Essen. Aber irgendwie die halben Trauben hier sind irgendwie verschimmelt, Alter. Frag mich auch nicht wie so. Wollen wir links oder rechts? Warts. Coming soon. Okay, Digga. Ja, einfach rechts. Seht ihr, was habe ich gesagt? Zum Glück sind wir nur, ähm, nicht runter aus dem Fenster. Jetpack. Das hört sich interessant an. Oh, äh. Oh, hallo, du bist zurück. Oh, hallo, du bist zurück. Okay, mit dem Parachute. Soll safe nicht gut gehen, er will safe einfach nicht aufgehen. Das ist doch immer so. Ja. Wie hatten wir den Fall noch überlebt und sind dann erst gestorben, weil es uns die Bowling-Kugel auf dem Kopf hiel? Macht gar keinen Sinn. Blump, Spra, Spra. Ich weiß nicht, was das hieß. Alles ob. Let's go. Ich will nochmal, ähm, äh, was hatten wir noch nicht? Ich will nochmal kurz mit der Pfeil hier nochmal raus. Und dann mal den anderen Weg gehen mit dem Ventilator. Also mit dem Lüftungsschacht, ja. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder hier oben im Schacht. Wir gehen jetzt aber mal links durch. Oh. Oh. angenehm, würde ich mal behaupten. Okay, wir nehmen jetzt hier auch noch mal die Krober. Ich glaube, hier ging es doch noch weiter nachher, oder nicht? Ah, da sind wir wieder hier. Ich versuche jetzt mal, den anderen Weg zu rennen. Andere Seite. Oh. Vielleicht doch nicht. Wir gehen hier wieder den normalen Weg, wie vorhin, aber jetzt den anderen. Ich glaube, hier runter. Ah, ist umgefallen. Let's go. Okay, Leute, dann haben wir auch hier, glaube ich, relativ alles durchgespielt, auf jeden Fall. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, schreibt in die Kommentare, was ich sonst noch so spielen soll, als kleines Cartoon-Game. Alter, wieso geht jetzt die Musik wieder los, Alter? What the fuck? Was zur Hölle? Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ja, schreibt in die Kommentare, was ich verbessern kann, vielleicht, was ich... Schreibt einfach ein kleines Kommentar. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Auf Wiedersehen! Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.